Yo Leute was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch meine Gamescom Highlights. Und vergesst ja nicht, dass ihr das Like und den Kanal abonniert. Das würde mich sehr freuen. Und let's go! Hier war ich bei Stranger Things, bei der Netflix Reihe. Und da gab es gerade das Pizza. Und man musste gar nicht so lange anschauen, obwohl da eigentlich eine riesige lange war. Und hier bin ich immer noch beim Netflix Stand. Bei Wednesday. Und dann gab es hier noch so ein riesiges Lego Auto. Auf jeden Fall das war auch sehr krass. Dann war ich hier beim Farming Simulator. Da wollte auch gefühlt jeder hin. Also da war es so voll. Und hier hatten wir auch einen echten Traktor. Das war auch sehr nice. Dann war ich hier noch bei Nüfter. Hab mich ein bisschen von der Qualität überzeugen lassen. Dann gab es auch ein Gamescom Design. Das war auch sehr cool. Und ja, dann habe ich hier mal eine Designs angeguckt. Da habe ich einen Booty-Check von hinten bekommen. Aber auch egal. Ja und dann bin ich auch schon rausgegangen. Und natürlich habe ich mir direkt ein Mauspad von Nüftergold. Ein Custom Mauspad. Also die Qualität ist auch wirklich sehr gut. Und das hat nur eine Woche gedauert, bis es da war. Und haut rein. Das war's mit dem Video. Und tschau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.